und das ist auch ein Leben im Ofen drin der Obrand mehr Helmut Städte Wurst und die Blätter hin und sind die Blätter da oben Möchel der Kiste ist Nero Grünzeuge schulden durch jeden so gut nicht mit 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 N das hat die Kiste oft gemacht ja die Bordmann Dings nun mal mit seinem und nun nicht mehr mit 6 Wien Hart glaube ich gern Prozent dort mit Mädchen Leiter ich weiß einfach die er hat es war nicht mehr und leistet ein stimmt annehmen ich habe sie auch ich habe sie nicht die Kraft der nicht verliebt doch auch so viel Kraft die aber nicht so ich lege es einfach rein genau aus Inventar aus mhm das war gerade sehr schlau von mir so ja weil der halt tausende Sticks dann lagen komm herr Creeper das soll so du explodier dich hättest du gesackt alter jetzt muss ich hier noch irgendwie einen Aufgang bauen dass man und mann ab und so fällt Prozent so hier ganz vergessen das kann man auch bei der Umgebung des Kümmer so was auch der Berg und die Aufsätze gewesen mhm könnten wir ja könntest du wohl eher und die Maschinen zuständig für den Bau so warum bin ich dafür verantwortlich weil ich für die Maschinen verantwortlich bin machen ich für das biologische oder was ja hallo Skelett oh 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 ich bin runtergefahren oh oh ich komme ich dazu da rein weg dich ich bin zum abbauen ich bin scheiße ich umrunde das alles mal mit einem Zaun gell er auch mal bloß dass du halt weißt dass man da jetzt nicht mehr reinkommt aua 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 mein Fuß juckt ho hau hau ich hoffe mein Fuß explodiert nicht der Buckel bleibt weil er aus die Kostensfurt die Kostensfurt ist explodiert ich nur noch um die 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 das À H T 4 ich was in der gewaltungen der Tieren und der Dautal ausschmeißen und alles mit gut die Notwendung der Schatten zu tun K gut Zürich Dings in A das Rieselings nicht mitgenommen jetzt ist ein bisschen Rapperschützungen nur ausreichend du weißt man kann nie zu zu wenig Verbrauch haben vor allem mit 10 in der Gleitschützig mehr Uhr gebraucht muss noch mehr als immer noch was Proben Prozent Prozent der Klinik und 1.0 und müssen sie gehen und sein und es ist an Stuhl-Rhein-Modern gleicher um um der Schuss kommt an den Sturzbüchern es kommt an den um das ist egal ob ich die Schere benutze nicht um um ich habe jetzt auch jetzt mal die die Spitze zu tun 30 Länge Kraschuschen 36 0 und dann kannst du zum Markt schon so dass die Kirche von Bord für die Haus Nr wenn schon von der Kompass auf eine Welt zu holen Nr die Kraft sagt sein wir haben auch von mir aber hast du immer schon ab jetzt angebaut nun das ist nur drei Stück nur im Grund ich die anbauen sollen in der Geschichte aber der Klasse als üblich ja, wow. Doch. Ähm... Leder. Wir haben kein Leder? Wir haben kein Leder? Du Leder, warum haben wir kein Leder? Weil wir vielleicht kein Leder haben? Keine Ahnung. Wird noch mal so viel? Nö. Doch. Ich hab' aber so viele Kühl getötet und hab' mir doch so irgendwas. Nee. Das war im Anderen. Nein. Echt? Dann hätten wir aber auch Steaks da. Dann Steaks haben wir nicht da. Doch, haben wir kein Leder? Was brauchst du das? Für Bücher. Ach so. Tja. Geh? Weisst du, wir müssen auch mal mit den Haar. Ich brauch dich! Ja? Häh! Guyuw! 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 wir müssen aber auch machen bei Heiko irgendwas kochen, Hotdox oder sowas Lass irgendwas machen aber nicht nicht Pizza bestellen oder sowas, das ist schlangeweilig ich bin Chefkoch ich ging auch voll einkaufen natürlich Maxi-Tonfisch nein mir hat er die Erkrankung und Gott mehr auf keinen Fall er wird er in die Wendung der Nudeln mit Nudelsoße und Nudelbesteck und mit allem die ich bestehlich dass es gibt Lohr, Lass an die Wochen nee Lass Hotdox machen DÖ und jetzt ist er schon selber machen, aber es ist erledigend Prozent der Arbeit ist es nicht selber machen, sondern einfach nur halt was selber machen wenn wir die Mikrowelle schieben oder den Ofen nein du machst die Masi-Seidenwürstle warm oder was er immer oder die Hotdox-Würstle und dann musste halt nass das ist das Hotdox-Brot kaufen, dann Röscht, Zwiebeln, Gurken, alles Götchen und dann gibt's richtig fett essen oder ich brauche zum Jetpack, alle kann mit dem Arsch lecken Leck mich, dann will ich auch eins ja ich brauche, ich brauche zwei wieso brauchst du mir zwei ich hab ja ich brauche eins dann brauchst du aber auch diese Maschine, die das wieder auffüllt da ist die Batbox